Boah, Alter, ist das echt sein Ernst? Ich warte jetzt schon zwei Tage auf ein verschissenes neues Video. Oh, da ist ja neuer Stuff. Ja genau, Hallihallo, hier ist der Gusua wieder. Natürlich, ich kann euch ja nicht so extremst lange alleine lassen. Nein, es ist Weihnachten vorbei. Ich hoffe, ihr habt die zwei Tage gut überstanden. Jetzt bin ich wieder back in Business. Heute haben wir Sonntag. Sonntag, Gusua aufnehmen? Ja, wer ist schuld? Lichtle, der kleine Bob ist schuld, denn ich werde ihn gleich abholen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich nicht so viel Clash produzieren, sondern einfach nur Scheiße machen. Ja, der Gusua freut sich. Was hat der Gusua von seiner Frau zu Weihnachten bekommen? Einen Hoodie. Aber nicht irgendein Hoodie. Ich mach mal ein bisschen leiser, alter Verwalter. So, nicht nur ein irgendwie ein Hoodie. Nein! Ein Clash of Clans Hoodie, ja, ich weiß. Also langsam finde ich das echt ziemlich geil. Also, ja, man muss wirklich schon sagen, Clash of Clans ist halt wirklich ein krasser Teil irgendwo vom, ja, vom Leben. Sagt man so, irgendwie so, ja, vom Leben. Aber es ist ja nun mal ein großer Teil, mit dem man sich richtig viel im Leben beschäftigt irgendwo, klar. Yeah! Lichtle schreibt gerade. Ja, auf jeden Fall, macht ihr mal bitte voll. Ich habe meine ganzen Gems fast verballert, im letzten CW. Da zeige ich jetzt aber mal was. Da möchte ich wirklich ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, alleine schon, weil Lichtle so übelst die Base verkackt hat. Da gucken wir gleich mal rein. Und zwar, ja, wie gesagt, ich natürlich schön gespendet, weil, klar, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man die Gems hat, dann darf man die natürlich auch gerne ausgeben dafür. Und warum nicht, wenn dafür, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich mache jetzt nur noch, also jetzt zum Thema Queen Walk, klar, sorry, ist ein bisschen durcheinander wieder, weil so geballte Power, man will wieder was loswerden. Und, ja, äh, auf den, auf den, äh, einzelnen Accounts, ja, Alter, ich bin schon so durcheinander. Nein, also, ich habe ja sonst immer drei Kasernen mit jeweils Heilern gemacht und dann halt die letzte mit Barge und den Mauerbrechern mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich halt so viele Heiler gar nicht mehr brauche, beziehungsweise gar nicht verwenden kann. Klar kann man jetzt trotzdem drei Kasernen ausbilden mit Heilern und dann halt zweimal hintereinander angreifen im besten Fall, klar, aber im schlechtesten halt nicht. Somit gehe ich lieber auf Nummer sicher und sage mir, komm, Barge spiele ich ordentlich aus und dann passt das. Der eins von den Gegnern kann gar nichts. Äh, das war mir gleich klar, dass der erste von denen nichts kann, weil, die werden alle nicht wirklich viel können. Jetzt ohne hier jetzt so, wer weiß, wie auf den Putz hauen zu wollen. Denn folgende Sache ist die, wir haben gerade CW und guckt euch das mal an. Also, wir gehen gerne mal in unsere rein und wir sehen zweimal Townhall 11, klar, einmal Townhall 10 und dann Townhall 9. Wie gesagt, mittlerweile brauchen auch Maxed Out Townhall 8er nicht mehr anfragen. Mittlerweile ist das wirklich für den oberen Bereich. Wenn ihr das haben wollt, dass es halt wirklich nochmal irgendwie einen Zweitclan gibt, ist das okay, kann das gerne gemacht werden. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich so, im CW ist halt wirklich dann so, dass man mit dem Townhall 8 halt dann nicht mehr wirklich viel ruppen kann, beziehungsweise dann halt gethree-start wird, was natürlich schade ist. Wenn wir zum Beispiel hier, genau, ganz easy Ding. Hier, gucken wir mal kurz rein, in die Base von Tim, sehen wir Townhall 9. Noch nicht mal Maxed, hat er Glück gehabt, dass er angenommen wurde. Aber es ist einfach schwieriger, ganz klar, ein Townhall 9er zu threestaren, als ein Townhall 8. Brauchen wir uns nichts drüber sagen, klar. Und jetzt kommt sogar noch der Knüller. Wenn wir dann nämlich sogar gegen solche Gegner kommen. Also, ihr habt es gesehen von der Aufstellung her. Zwei Townhall 11, ein Townhall 10 und dann Townhall 9, ein Townhall 11. Und WTF erst mal bis zum Townhall, also bis zum 9. Einfach mal schön Townhall 10. Und jetzt kommt's. Klar sind die dann, ich gucke jetzt einfach mal in den 8er rein. Den würde es bei uns im Clan definitiv nicht geben, weil ich, das sind 6er Mauern. Das sind 6er Mauern, also ein bisschen gerusht. Aber er hat halt einfach mal zusätzlich die Infernus. Die sind auch nur auf Level 1. Die Helden sind auch total low und wie auch immer. Klar, aber es sind, ihr wisst es selber, jeder der CW mal gemacht hat oder auch grundsätzlich mal angegriffen hat. Inferno ist halt nochmal eine ganz andere Story. Das ist ganz klar. Also jetzt gucken wir nochmal. Viele haben nämlich gefragt, wie siehst du denn das hier, dass die Infernus eventuell bald low oder fertig gehen hier. Hier sieht man halt das dunkle Elixier drinne. Und da ist dann drauf zu schließen, ob die halt voll sind oder nicht. Ich gucke mal gerade, ob man da noch den Unterschied sieht. Ich schaue mal gerade rein. Ne, aber ich würde jetzt einfach mal tippen. Ich lehne mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster. Aber der hat garantiert ein bisschen Wasser. Der hat nix. Okay, dann könnte es wirklich sein, dass er... Ich gucke mal gerade... Schauen wir mal hier. Ihr seid live dabei. Weil irgendeiner wird ja garantiert randvoll oder halbweg... Alter, die haben... Die haben nichts am Start? Alter, was sind denn das für Boys? Weil ich würde nämlich gerne mal gucken. Ladekosten ist klar. So. Ich möchte das nämlich mal schauen, ob man da echt einen Unterschied sieht. Weil ich würde jetzt nämlich mal tippen, dass er alle ihre Infernus geladen haben. Ja, ich würde jetzt wirklich sagen, das ist ein... Ja, okay, das hat nichts damit zu tun. Das hat was damit zu tun, wie viel wir im CW bekommen könnten. Dass das anders angezeigt wird. Weil, ganz ehrlich, wäre ein bisschen komisch, wenn die alle ihr Lager nur so wenig sozusagen drin haben in ihrem normalen Lager. So. Nichtsdestotrotz könnten wir... Kleinen Moment. Wir können in den Clan reingehen. Spieler Clan. Und dann können wir... Faisal. Ja, das wird hier der erste sein. Da besuchen wir mal. Janschenau. So, da sehen wir nämlich... Hätte mich jetzt nämlich auch ein bisschen gewundert, wenn die alle irgendwie nichts Dunkles im Lager gehabt hätten. Also, das hier ist ein voller Inferno. Das sieht man aber dann erst, wenn er halt leer ist, dann hat er halt hier nichts drin. So, dazu jetzt nochmal. So. Jetzt gehen wir aber gerne wieder in die Kriegsbase. So, folgende Sache. Gegen den Inferno ist natürlich immer eine etwas schwierigere Nummer, ganz klar. Ich denke mal, ich gucke mal, was mir vorgeschlagen wird. Der sechste ist natürlich auch eher so, hm, schade. Ähm, ich würde mal fast denken, ich würde den, obwohl der auch schon richtig harte Nuss ist, weil der hat einfach mal Maxthelden. Das ist schon richtig, richtig fett. Das ist richtig, richtig fett. Den möchte ich nicht probieren. Ähm, da überlasse ich dann wirklich diese Jax und, äh, Lichtle, die Front. Aber der wurde schon angegriffen. Aber nice. Ganz ehrlich. Clasher ist der siebte. Ja. Da gucken wir uns den einfach mal an. Ein, ganz ehrlich. Ich meine, klar kann man sagen, oh ja, der hat ja nur das Town Hall weggeballert. Aber ganz ehrlich, als Siebter den, äh, Dritten anzugreifen, ist doch eine nette Nummer. Da seht ihr mal, das sind also nicht einfach nur alles Hasenfüße und sagen, äh, hier, komm, hier, machen wir mal. Noch eine Idee, was richtig geil wäre, wäre doch echt eine Art Slow-Mo. Also ich meine, klar, ich kann es natürlich im Video dann in Slow-Mo machen. Aber wenn man wirklich ganz gewisse Sachen hat, die, wo halt schnell gedroppt wurde oder sowas, würde ich das richtig geil finden, dass er, äh, dass man die Möglichkeit hätte, halt Slow-Mo zu machen. So eine Go-Wipe. Golems sind drinne, soweit, das ist nice. Magier, nice gedroppt. Pekka und dann aber in Verbindung mit Valkyren. Wobei ich wirklich ganz ehrlich sagen muss, Valkyren, finde ich, also klar, man kann jetzt auch sagen, äh, ja, du bist zu dämlich mit Valkyren anzugreifen. Aber jetzt so die, die Mega-Dinger sind's in meinen Augen echt halt nicht. Sonst würde man sie auch öfter verwenden. Ist natürlich krass, dass die sich wirklich in den äußeren Bereich, aber ich meine, Queen kümmert sich da ganz lazy drum, das ist ganz cool. Aber er hat die CB noch nicht rausgeballert. Also, in einer gegnerischen CB war er der Lava-Hund, das haben wir ja gesehen. Aber Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was in der CB ist. Also ich meine, er hat den One-Star, klar. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo er, jetzt probiert er natürlich, logischerweise, was vollkommen richtig ist, klar, Prozente außen. Ich bin richtig gespannt, wenn er jetzt nämlich in der CB einen Golem hat. Das wäre richtig, er möchte nochmal rein. Ich bin richtig, richtig gespannt. So, okay, da hatte er also, schade, schade, dann hat er die ein bisschen, weil damit hätte er natürlich innen drinnen noch ein bisschen aufmischen können. Eventuell. Sind wir ehrlich, ich meine, weil, aber mir geht's ja oft genug so. CB ist immer, immer was komplett anderes als sonstige Angriffe, klar. Alleine schon, weil die CB vom Gegner dann meistens voll ist, beziehungsweise mit richtig guten Truppen besetzt ist. Ansonsten würde ich nochmal kurz auf den anderen CB, CB, natürlich, auf den anderen CB, auf den anderen CW, hier Golem für, habe ich, wenn, dann würde ich dir den gerne noch raushauen, aber nee, ich habe, ich habe selber den, äh, die Golems habe ich noch ausgebildet gehabt und die muss ich jetzt, äh, die habe ich aber schon wieder vergeben. Ben, ich, ich greife mal gerade an, sorry, wenn ich so komplett, äh, desorientiert bin. Es ist immer wieder so, so ein, so ein Video, wo ich dann wieder neu dabei bin, ich habe wieder so tausend Sachen im Kopf und, ja, das ist so richtig, ihr kriegt das dann alles immer wieder ab. So, Max 10er, würde ich sagen, gucken wir mal, hier ist er gerade noch am Ausbauen, genau, er macht gerade halt noch, und überlegt mal, ich meine, wenn wir jetzt schon die Elfermauern haben, dann ist der Rest definitiv im Normalfall maxed, weil wer sich dafür die Zeit und die Kohle genommen hat, der hat alles maxed. Ja, man, ich meine, wir haben hier geilen Loot, geilen Loot, hier, wenn wir von hier aus reingehen würden, aber die Infernos sind echt nicht zu vernachlässigen, also, man kann die halt auch gut mitnehmen, aber man muss wirklich wissen, was man tut. Ne, ist mir zu tricky. Ich skipp euch mal, wenn es zu lange dauern sollte, dann skippe ich euch mal raus. Hier, guckt mal, da ist auch wieder so ein Gegner, wo ich sage, okay, 2k, ganz nice. Hier haben wir halb gefüllt, da wiederum nicht, das heißt, von hier aus angreifen, den mitnehmen, wäre gar nicht so verkehrt. Er hat auch nur 2 Bohrer, logischerweise. Ob ich dann das Townhall bekomme, wäre halt die nächste Sache. Ich würde mir den King aufs Letzte lassen. Ich mach's. Aber auch wirklich nur, weil ich gesehen hab, dass der, äh, den anderen, äh, der andere halt nicht, nicht voll ist. So, gucken wir mal. Wirklich gucken. Guckt wirklich, was kann die Queen? Klappt das oder klappt das nicht? So. Aber wie gesagt, also hier so eine Sache mit, äh, 5er Queen und sowas, brauchen wir nicht mehr sagen. Das ist nix mehr. Äh, das wird nix mehr. Da braucht man keinen Queenwalk mehr probieren. So, jetzt muss ich halt wirklich gucken, komme ich da irgendwie rein? Ich würde hier die gerne killen, dass die mir nicht zuvor die Luftabwehr, äh, die Luft abschnürt im Bereich, äh, Heiler killen. Ja, genau, ganz, ganz genau. Und jetzt kommt nämlich die Queen nicht schnell genug ran. Und deswegen würde ich jetzt gerne mit dem King, ja, genau. King, mach bitte die Luftabwehr platt. Und dann könntest du eventuell noch reinkommen. Eho. Genau. Oh, sehr gut. Sehr gut. Nochmal ein Rage. Ballern wir rauf. Dunkles ist schon gut genommen, aber ich muss natürlich auch noch das Town Hall irgendwie erreichen, weil ich sonst ein Problem habe, äh, weil ich sonst nicht den kompletten, äh, das komplette Dunkle bekomme. Und das möchte ich schon gern. Also die 2K will ich schon sehen. Und natürlich auch den Liga-Bonus. Mittlerweile ist der halt nicht zu vernachlässigen. Den muss man halt mitnehmen. Ganz klare Geschichte. Sonst sitzt man da, hm. Und man sollte auch so, ja, oberhalb 50% halt machen, weil es sonst halt zu wenig Bonus ist. Oh, das klappt aber. Oh, ja, ja, das klappt. Jetzt werde ich überlegen, ob ich eventuell noch ein bisschen Barge drumherum spamme. Aber erstmal will ich gucken, dass das hier mit der Queen klappt. Dass ich da im schlimmsten Fall halt Rage, also die Ability machen kann und dann im schlimmsten Fall halt nochmal ein Rage droppen kann. Ability, nö, Ability sollte passen. Die muss ich noch nicht einsetzen. Ja, und jetzt hat er sein ganzes Pulver eigentlich schon verschossen. Wir haben hier noch ein bisschen was, was uns stören könnte. Ach, da brauche ich nicht mehr irgendwie. Großartig. Nö, zumal zwei Heiler habe ich noch in Reserve. Das heißt, ich könnte noch ein Queen Walk machen, wenn ich eventuell noch ein Rage dann hinbekomme. Also wenn ich noch ein Rage in der Zauberspruchfabrik eventuell ausgebildet habe, in der Zwischenzeit. Oh, die Prozentzahl ist auch ganz nett. Das läuft. Und jetzt hier sogar noch den Bohrer dann snacken und dann habe ich das ganze dunkle CB war hier. Das heißt, da ist auch nichts mehr drin. Genau. Das heißt, komplett2k.de. Und dann kann ich jetzt hier noch die Zeit nutzen, um halt meine Queen hochzubringen. Und das war's eh. Genau, passt. Jetzt kommt gleich Ende. Nett. Inklusive dem Bonus ist das dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Haben wir 2,5k. Und das ist in Ordnung. So grundsätzlich mit dem Bonus ist es okay, dass es geändert wird. Aber ganz ehrlich, ich finde wirklich, wenn das Townhall gesnackt wird und ich sage jetzt mal, 10% hätten auch gereicht, meiner Meinung nach, für ein Schild. Ich habe das nämlich jetzt mittlerweile umgebaut, weil wenn man mir das Rathaus geklaut hat, dann hat es trotzdem nicht ausgereicht für ein Schild. Das heißt, ich habe noch was davor gestellt, dass man, wenn man das Rathaus wirklich kriegen möchte, dass man halt mir wirklich noch die Prozente wegklaut und dann passt das auch. Weil die 30% Truppen wurden immer gesetzt, um das Rathaus zu bekommen. Kein Thema. Aber es müssen natürlich auch 30% von meiner Base gekillt werden. So, und jetzt würde ich fast sagen, wenn das alles safe ist, da können wir nochmal einen Angriff mit starten. Auf jeden Fall. Ich hau mal nebenbei noch eine Mauer auf 9. Wie gesagt, im oberen Bereich mache ich halt nur bis zur 9er Mauer, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt in der Liga, ich bin jetzt Meister 2, wenn ich jetzt von der Liga her relativ weit oben bin, dann haue ich halt, um nicht wirklich viel Angriffsfläche zu haben für andere, haue ich halt gleich nicht eine 10er Mauer raus, sondern haue erst auf 9 und dann passt das. Dann habe ich nicht so viel Gold oder Elixier am Start, was mir dann eventuell im schlimmsten Fall einen 3-Star einhandeln würde. Hier könnte man halt gucken, ob man eben über die 50% geht. Aber die Gefahr ist natürlich wirklich, dass der Inferno mich hier dann gleich, dass ich probiere, hier rein, nur das Ding weg und dann mit dem Rest. Ja, wir probieren es. Ich habe danach eh nichts weiter vor. Das heißt also, ich muss jetzt nicht noch einen Angriff oder sowas tätigen. Dann schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Ah, die kriege ich schon ganz schön gut ab, würde ich sagen. Es sind halt nur 4 Heiler, ganz klare Geschichte. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kann natürlich jetzt auch immer noch ein bisschen was als Ablenkung hier wegballern. So, wobei ich eigentlich nicht zu viel ablenken möchte, weil ich will ja, dass die Queen dann nicht weiter reingeht, sondern sich dann, genau, die soll jetzt halt hier wirklich das Dunkle nehmen und dann halt irgendwie sich weiter draußen hin orientieren. Eigentlich. Ich habe noch ein Rage. Das passt also. Ah. Die geht in einen Bereich, in den ich sie eigentlich nicht haben möchte. Ah, wenn Inferno ist, dann klar, kein Heal. Das ist halt Pech, klar. Ähm, schade. Sie hätte draußen langlaufen können. Aber wie gesagt, so ist es halt. Das bin ich eingegangen. Das Risiko, ich habe das Dunkle bekommen. Die Pokis sind mir jetzt nicht so krass wichtig. Aber, naja, 1,25 ist jetzt auch nicht der Mega-Loot. Ganz klare Geschichte. Ich meine, jetzt kann ich eh noch nicht. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich sage, gut, okay, ich mache nochmal so einen Frontalangriff, hau die 120.000 dann raus für den King. Aber ich bin eh gerade im CW, von daher werde ich den King nicht upgraden. Ja, passt. Ich denke mal, dafür war es noch in Ordnung. Dann brauche ich noch 15.000. 15.000 müssten es sein, genau, um die Queen dann zu upen. Und dann gehe ich nach dem CW halt, denke ich mal, wenn ich die Queen soweit fertig habe, wieder lege ich die Queen schlafen und dann passt das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, ihr könnt es mir verzeihen. Nach der langen Wartepause, denke ich mal, ist das okay. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.